Fertig? Super! Ja, perfekt! Oh ne, ne? Bitte nicht! Oh scheiße! Ah! Oh bitte! Verdammt! Das kann doch nie wahr sein! Jetzt gibt der scheiß Trockner den Geist auf, oder was? Na komm! Ah! Wieso denn auch so rechte Teute? Ich brauch das Teil gleich für mein Vorstellungsgespräch, verdammte Kacke! Wie soll ich denn das jetzt so schnell trocken kriegen? Mann! Kannst du bitte ein bisschen schneller pusten, Schatz? Ich muss in ner halben Stunde los! Du willst doch, dass die Mama gleich hübsch aussieht! Wenn die Mama nämlich gleich nicht hübsch aussieht, dann bekommt sie den Job nicht! Und dann verdient die Mama kein Geld, wir können uns nicht zu essen kaufen und verhungern! Also puste schön kräftig weiter, ja? Und wenn dir schwinglich wird, Maus, dann setze dich einfach auf den Hauker, okay? Also puste schön kräftig weiter! Na los! Gib alles! Na komm! Pfff! 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 Pfff!